ARD Text im Auftrag von Funk Sie haben eine Raucherlunge Wir sind in der Abteilung für Lungenkrankheiten des Animation Hospital in Studio City, Kalifornien Die Angestellten nennen sie die Qualmstation und das aus gutem Grund Erinnern Sie sich? Hey Fred, brauchst du Feuer für deine Fluppe mit dem Geschmack von Freiheit und Abenteuer? Worauf du einen lassen kannst, Kumpel Jabba-dabba-du Jabba-dabba-du Herrschaftszeiten ist das Jabba-dabba deprimierend Apropos Die Ärzte sagen, das ständige Passivrauchen von dieser ekligen Pfeife war ganz besonders schlecht für meine Lebenserwartung 2,10 Meter groß sein und 32 Kilo wiegen ist auch nicht gesund Die Ironie ist, Popeye geht's richtig gut Die ganzen Antioxidantien im Spinat haben meine Lunge vor dem Krebs geschützt Willkommen auf der Intensivstation Ich hab noch genau 4 Lungenbläschen Äh, darf der hier eigentlich rauchen? Ob der sprechende Riesentausenfüßler mit Lungenkrebs im Krankenhaus ne Wasserpfeife rauchen darf? Geh sofort in die Pause, Sharon! Aber das Leben geht auch für sie weiter und ihre Freunde helfen ihnen dabei Ich kann mich einfach nicht satt hören an deiner Roboterstimme, Fred! Barney, du bist ein Arschloch Ach, Kopf hoch, Fred! Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Mach dir auch Sausgesicht, du schießt neben meinem Sauerstoff Keine Angst, Mr. President Ich werde dafür sorgen, dass ihr Kopf auf die Münze mit dem geringsten Wert kommt Sie wird eine andere Farbe haben als alle anderen Münzen Und die Menschen werden sie hassen Einfach nur hassen Halt den Mund, küss mich, du Vollidiot Schätzchen Klopp an wie jeder andere, Gott Tut mir leid, Shadow Baby, hab ich vergessen Ich hab's dir gesagt, Melisandre, du sollst mich Connor nennen Okay, Connor, Essen ist fertig Mom, ich esse nie was Ich bestehe aus Mösendampf Hallo? Connor, ich habe in den Flammen gesehen, dass wir alle in Gefahr sind, wenn du heute Abend nicht mit uns isst Weißt du, was ich da gesehen hab? Oh, wie komm ich denn nur an dich ran, Herzchen? Und jetzt wird mein Sohn Connor für euch etwas aufführen Okay, danke, dass ihr alle gekommen seid Der erste Song ist wirklich ganz wichtig für mich Er heißt Geboren aus der Hexen-Moschie In der Höhle einfach Musik 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 Bis zum nächsten Mal.